Meine sehr geehrten Damen und Herren, bitte machen Sie den folgenden Personenruf. Herr Julian Wilming, ich wiederhole, Herr Julian Wilming, bitte kommen Sie zu DB-Informationen der Bahnhofstalle. Sie werden dort erwartet. Ich wiederhole, Herr Julian Wilming, bitte kommen Sie zu DB-Informationen der Bahnhofstalle. Sie werden dort erwartet. Die Reis 8, Einfahrt, REL nach, haben über der Rundgul-Karmelabfahrt 19.39 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt.